Bildung ist ja immer noch notwendig und gerade in der Wissensgesellschaft ein extrem wichtiger Schlüssel, gerade auch für soziale Mobilität, für sozialen Aufstieg. Die Frage ist nur, da haben wir auch die richtigen Rahmenbedingungen, um genau das zu unterstützen und da hakt es natürlich an vielen Stellen, gerade dann eben nicht genug Dynamik da ist, gerade auch wirtschaftliche Dynamik, damit alle ihre Chancen ergreifen können und auch diese Chancen bekommen. Von daher ist Bildung ein wichtiger Schlüssel, aber es braucht natürlich auch noch vieles mehr und bessere Rahmenbedingungen insgesamt.